hallo und herzlich willkommen zurück zu satisfactory so die letzte aufnahme musste ich in die tonne treten ich habe mir neuen platz gesucht um halt mehr strom herzustellen so ich habe hier auch die neuen rohre benutzt und zwar die glatten ohne diese indicator also die natürlich ein ding gewesen so soll hier immer noch super wenig wasser drin ich habe keinen plan warum dieser arm vielleicht zu lang hier ist doch voll ist auch nicht voll liegt es daran dass ich hier an der grenze bin da nee dann dürften wir da hinten die ja auch nicht produzieren wieder aber hier ist wasser drin in die komisch ich werde jetzt mal die hindern beiden ausschalten dann gucken wir mal oder vielleicht bei ausschalten in den beiden der hat voll wasser schalte ich den aus der hat kein wasser jetzt sollte das hier steigen glaube ich mal zwei maschinen dann abgeschaltet ist auch kein wasser drin ist nicht viel wasser drin die beiden noch aus so okay und warte bis sich das hier gefüllt hat und doch jetzt recht schnell gehen dann nicht oder sind es die neuen rohre die ich benutzt habe dass die vielleicht das wasser nicht so gut leiten moment mal wenn ich das nachgucken das ist natürlich gut möglich das ist bei organisation es ist eine bei logistik natürlich natürlich da 300 kubikmeter und die normalen 300 ja ich weiß dass die keine externe indikatoren haben hier ist jetzt voll aber der hat ja sowieso kein strom die die hier die machen mehr sorgen der erst wieder voll der ist voll die jetzt schalte ich von hinten nach vorne das ding mal an und er braucht jetzt wasser und der verbraucht wasser und der wie sieht es jetzt hier aus wird das jetzt hier weniger wird es nicht ja auch nicht die sind ja aus das an der ist aus ich noch mal anschalten und ich noch mal anschalten so jetzt mal ein bisschen warten wir haben jetzt 4200 megawatt sollte eigentlich so gehen gucke ich mir das noch mal an hier so okay scheint also zu klappen 1 2 3 bei den mittleren waren es der ne ja scheint zu klappen gut dann mache ich das jetzt hier hinten äh das werde ich jetzt auch nochmal anschließen da habe ich zuerst die rohre gebaut und hier noch kein kohlekraftwerk angeschlossen und das ist alles voll perfekt so dann anschließen und zwar immer an dem hier ich mache in letzter zeit nur noch strom aber muss hier gemacht werden auch doch den strom aber nicht die jetzt alle nacheinander anschalten sollte das doch funktionieren und noch einen hier hin mhm 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 Bin ich jetzt hier hochgeklettert? Das sah so aus. Ganz kurzfristig sah es so aus. Den ran. Den ran. Da dürfte jetzt kein Wasser fehlen. So wie auf der anderen Seite. Da habe ich die zu früh angeschlossen. Da war wohl Wasser nicht voll. Aber ich habe schon die Fabrik angeschlossen. Das war ein Fehler. Sonst dürfte das alles klappen. Ich gehe nachher wieder weg. So. 4800. Eben waren wir auf 3600, oder? Wie viele haben wir jetzt angeschlossen? 1, 2, 3, 4. 4, 4, 800. Das passt so. Weiter geht's. Die Kohle. Ah ja, stimmt. Ich habe ja hier noch mal 240 Kohle. das hier ist ein zweier band er sollte genau passen tut es auch gut so dann kommt die gleiche fabrik noch mal dahinter jedoch gelacht wenn wir hier nicht weiter bauen könnten 2 übernummer war das stück zurück also etwa so was jetzt bündig ich muss hinten gucken dafür ein bisschen überstehen so wie da tut es auch sehr schön 3 ok um kommt auf der Seite immer hier hin so dahin einmal dann hier hin so ne ja genau und einen daneben da mal gibt's noch nicht hab ich den denn hingebaut äh hallo ach ich hab den angeschlossen das war nicht Sinn der Sache das war nicht Sinn der Sache jetzt will ich dann anschließen so und so so und die hier sind da ja ja wir haben es gemerkt Wasser muss als erstes gemacht werden und dann geht es auch ja so ich fühl mich hier so klein bei diesen riesenpumpen echt jetzt so und so so jetzt ist die Frage passen die Dinger dahin vor allem richten die sich denn aus äh irgendwie nämlich mal hier oben irgendwo hin so okay fange ich da an oder fange ich hier an fange mal was weiß ich denn ich fange hier an da bin ich einen drüber ich glaube das ist auf der anderen Seite genauso ja so vielleicht geht es ja so besser 2 3 4 5 6 7 8 ja passt so na so und das gleiche hier drüben ok okay so kriegt das hier auch genauso gebacken nee irgendwie nicht ich muss den ersten manuell setzen den wert und zwar muss der hier so hin ne da ist das denn richtig dich oh 2 3 4 was fehlt mir oh Kabel das ist bitter das ist echt bitter aber kann ja die Seite schon mal vorbereiten und zwar ich müsste mit dem Ding ich glaube mal hier hin äh ne da drauf so ne ist das so das jetzt einer Linie ist es nicht ne hätte hier hin gemusst hier hin und den hier der ist richtig der ist richtig so ist das hier noch so rum ja das hoffe ich doch mitte 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 ok kommen wir mal so ja sieht ganz gut aus ok dann geht es weiter wenn die Linie aufhört muss man noch mal so ein Pfosten hin irgendwo vielleicht und dann mal ganz hier runter naja das kann ich nachher immer noch mal weg machen habe ich doch die mit indicator geholt ja was soll's wichtig ist erstmal dass die Leitungen hier volllaufen ja ok kommt hier Wasser ach ne natürlich nicht ähm ja ist ja noch gar nicht angeschlossen so dann am Ende ähm ja ja gut da muss man hier nennen so hallo jetzt wieder die ohne Indikatoren ja würde ich so machen aber ohne Indikatoren ist es besser fürs spiel gibt's nicht so viele lecks würde ich mal behaupten wollen einfach mal so behaupte ich mal so und hier hat das funktioniert ne genau 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 und ich bin hier aber auch einiges drüber ähm ja klar klaro also ungefähr geh ich da da hin komm ich geh da hin und du auch so dann äh 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 ja mit oder ohne indikatoren machen wir euch mal mit und dann ohne von mir darüber da richtig richtig so jetzt brauche ich noch mal und knoten und knacken ich gehe das nicht von unten geht es doch gegen früher nicht musste man sich immer drauf stellen jetzt geht es das ist gut ich habe mich jetzt hier nicht was ist das denn so geht das hier nicht ist jetzt hier der unterschied modus auto nudel ich habe keinen blassen schimmer um das jetzt hier nicht mehr gefunden hat ist ja auch irgendwie unverständlich sehr sehr unverständlich die sind verbunden wasser kommt rennen hoffentlich es kommt kein wasser und kein wasser so man wir haben gleich vieler okay am i am 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 okidoki jetzt sollte das aber funktionieren und hier was aumentor so war so rechts kann man nicht weitermachen weil ja hier ist nichts zum weitermachen okay ich brauche ein spiel da denn würde ich da mal hier hinbauen und mittig ist genau hier in der mitte mittig ist in der mitte das gedacht im k2 ist das oder nicht da habe ich einen mk3 ja dran um 480 gehen zwar 120 wegbleiben 240 wird gut 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 erst mal diese richtung hier rüber und hier mal ein paar spiele dahin die 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 und keine kabel mehr man glaube ich muss einkaufen gehen Doch, ich jetzt. Ja, so groß ist mein Inventar halt nicht, ne? Das wäre das falsch. Ja. So, und. So. Wir haben gar zweier Band. Äh, passt das hier? Wie ich das so mache. 1, 2 zurück. Wollte eigentlich passen. Tut's auch. Sehr schön. Gut. Ich werde die aber jetzt noch nicht anmachen. Man sieht's schon. Ich bin vollkommen leer. Ich bin leer, wie man sieht. Also, davon habe ich genug. Aber vom Rest nicht. Das bedeutet. Ja. Man sieht's auch schon, ne? 30 Kabel fehlen und 20 verstärkte Eisenplatten. Und das ist ja, glaube ich, nur, wer das denkt. Ja, genau. Und davon brauche ich noch 1, 2. Also, das sind 4. Da brauche ich noch 4 von. Also, 4. 4, 4 davon. Na, nee, bei Strom. Und eigentlich brauche ich... 4 plus 16. Okay, eigentlich brauche ich dann 20. Und sich. Ähm, dann bräuchte ich noch mal von... Die... Produktion, ganz unten, glaube ich, ne? Von denen, da brauche ich auch noch mal 6. 6. Okay. Sonst noch was? Naja, das ist, äh, das Hauptproblem. So. Naja, okay. Dann renne ich mal nach Hause und hole die Sachen. Bis gleich. So, ich bin zurück, aber ich habe da hinten schon mal ein bisschen was umgebaut. Ja, das sah nicht schön aus, deshalb habe ich jetzt das mal so gemacht. Mit zwei Förderliften, habe ich das hier auch auf ein extra Band gelegt, damit es in Schlangenlinien ist. Okay, dann kannst du jetzt hier weitergehen. Okay, dann kannst du jetzt hier weitergehen. Komm schon. Komm mal. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Okay. Ähm. Ähm. Kohle. Ah ja, da bin ich stehen geblieben. Kohle. Genau, da war doch was. Auch noch mal. So. Sondern sollten wir uns vorerst nicht mehr, wenn das gebaut ist, um Strom kümmern müssen. Nervt. Warum richtest du dich bitteschön nicht aus? Okay. Hm, 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 hm. Hm, hm, hm. Hm, hm, hm. 120er Band hier lang. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. dann soll das mal schön vorlaufen in der zeit mache ich das gleiche auf der anderen seite mit sich ach ja ja und 8 Ah, ich fang vorne an. Dann kann ich schön rückwärts laufen. Ich glaube, kurzzeitig natürlich eine Unterbrechung. Beim Strom, der das Band hier hinten neu gebaut hatte. So, du kannst hier rüber. Das ist schon wieder alles so kompakt gebaut, Mann, oh Mann, oh Mann. Gut, 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 jetzt brauche ich dich noch mal hier so hin, dann dich da hin, ja. Und wo, hier dazwischen. Und, ähm, ja, 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 hier hin, ne, also in die Flucht. So. Ähm, das hier reinpassen, theoretisch. Faktisch auch, sehr schön. So. Jetzt können die hier mal voll machen. Laufen die? So laufen. Perfekt. Okay. 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 Und nochmal los. einer daraus und jetzt noch mal 16 aber die baue ich nicht online die baue ich schön offline hierhin sonst wird das ganze ein bisschen zu langweilig für euch so alles angeschlossen die kohle liegt hier an wasser mit voller 1 4 4 4 3 4 2 4 3 4 6 7 8 10 5 6 7 8 gut ist klar die rohre sind ja hinten erstmal voll gelaufen sonst muss ich ja nur noch warten sie hinten endlich kohle ankommen warum kommen wir eigentlich gar keine kohle an das sind 60er band 120 band sollte doch passen auf der anderen seite ist ja auch noch nicht voll und das sind der mitte sollte dann mk3 sein was passt 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 was ist denn hier die richtigen mengen an was sie danach aus das ist komplett voll habe ich kohle im inventar ein bisschen was aber die kohle hier ist ja schon voll hier ist voll hier ist noch nicht voll andere seite sollte doch auch das sieht aber nicht nichts aus das sieht gar nichts aus dann kommst du halt wieder weg jetzt gerade ja jetzt gerade gut ok ja dann heißt es abwarten aber wir können ja in der zeit hier schon mal das nächste band verlegen was nämlich was hier so drüber kommt was da dann habe ich oben noch drei kohle flötze gefunden flötze ja kohle ab oben noch drei kohle gefunden keine flötze sondern einfach nur kohle und wieso kann ich hier nichts bauen er lässt sich nichts bauen ich muss irgendwie daneben aber ich komme nicht daneben ständer ich den hier so zwischenbauen zwischen die beiden würde gehen die weg machen wo ich doch gar nicht mehr so die brauche ich wohl war die anderen nicht und jetzt kann ich ja mit dem dieser durchlaufen dann kommt der wenn ich dich jetzt noch mal Verbinden. Sonst gibt's gleich eine Katastrophe. Gut. Kohle kommt. Achso, die andere Kohle. Äh, Finderdorf. Ne? Da. Wir sollen hin. Okay. Und da dann, äh... Warte, mach ich nochmal so ein Ding. Oh, brauch ich das denn? Hm. So, sollte gehen. Wenn ich hier nochmal so ein Standard-Cent-Bau. Okay. Hier so hin. So? Oh, jetzt nehmen wir die Dinger weg. Okay, so. Den noch weg. Den noch weg. Genau. Dann von hier runter. So, wie war das? Wie hatte ich das letztens gemacht? So, mit so einem Ding da. Machst mal. Oh, kommt hier runter. Geht hier rüber. Müsste eigentlich mittig hier runterkommen, ne? Also, kommt ja da. So. Wie sieht das denn aus? Irgendwie nach nix, ne? Noch einen zurück. Vielleicht geht das. Naja. Wo wird das auch nix? Nee, haut nicht hin. Aktien niedrig. Ja, gut. Dann machen wir das anders. Wir ziehen das Ding bis... Das nicht. Das. Wir ziehen das vor bis hier. Genau. Und kann ja dann... Wenn ich das mal gepackt kriege, so... Ich kann ja dann... Hier ganz einfach... Mal... Ohne diese Dinger... Tagieren. Oh, schön flach. Und durchziehen. So. Wie geht's hier aus? Kohle voll. Bis hinten hin. Au ja. Wasser. Voll. Gut. Andere Seite. Kohle noch nicht voll. Gut. Wie lange dauert's noch? Ja, da dauert noch ein Stückchen. Okay. Hier ist... Eins, zwei... Und zwei dazwischen. Noch mal hier auch zwei dazwischen. Man muss ja nicht alles zu eng bauen. Wie man sieht, hat man ja da hinten jede Menge Platz. So. Warum eigentlich nicht? Drei. Drei. Wo? Das ist zumal weg. Ähm... Ja. Geil. Okidoki. So, hier kommt die Kohle an. War schon mal gut. Der war hier so, ne? Glaube ich mal. Steht einen über. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Äh, sieben. Und acht. Na, passt doch. So. Okay. Locken auf. Ja, komm. Drei. Wenn wir dann nicht genug Wasser haben, äh, Wasser, Strom haben, dann weiß ich das auch nicht. So richtet sich das jetzt nicht nach dem aus, sollte aber eigentlich. Okay. Gut, perfekt. Perfekt, 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 perfekt. So. Allerdings brauchen wir hier noch ein bisschen Luft. Also, wie ich das sehe, rücke ich hier immer mehr in die Richtung. Was schlimm? Äh, macht nix. Oh, jetzt geht mir gleich der Beton aus. Das würde ich nicht gut finden. Müsste ich hier nochmal zurücklaufen. Oh, Mann. Oh, okay. So. oder ich habe einen zu viel platz gelassen er hätte bleiben können er muss weg so kann nicht gehen geht nicht weil die da hinten alle stehen nach so und Zwei. Oh, du siehst. jetzt passt das aber der linie gebaut warum warum fehlt es ja logisch weil ich habe ja verstärkte eisenplatten gebraucht um die bänder zu bauen das habe ich gar nicht mit auf dem schirm hier ist voll dann würde ich sagen habe ich dennoch kabel mit das wird auch okay gut ja da schließen wir jetzt noch an wenn ich noch mal zurücklaufen muss muss sich halt noch mal zurücklaufen ich werde dann offline hier alles aufbauen und diesen einen der unten noch fehlt bei unserer anderen wasser stromfabrik und würde ich dann auch noch machen ja richtig so dass wir dann noch mal fünf stück schon echt wie hier noch wieso ist er eigentlich geld war doch gerade gelb da war das nur ein anzeige fehler der gelb wenn ich näher angehe ist immer noch gelb warum keine kohle drin moment aber wieso aber wieso warte hier hinten ist das gleiche grün also 480 kommen an 120 gehen zur seite das sollte stimmen das läuft auch schön rund so verbraucht sich hier die kohle dermaßen die ist noch voll die ist noch voll aber hier hinten noch voll 10 was soll das denn 420 da 120 oder wat das hier sieht man nicht nach 480 aus da habe ich wohl den fehler gemacht oh 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 daher das sieht mir ganz und gar nicht nach 480 aus so So. Hier geht's noch. Hier kommt's runter. Das sind alles vierer Sachen. Was hier ist? Mk4, 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 Mk4. Ach, ich hab die nicht übertaktet, gell? Da war doch was. Ach man. Und zum Übertakten? Wo hab ich denn die Dinger? Äh. Warte. Das muss ich jetzt mal ganz schnell checken. So, das Band hier ist nicht komplett voll. Alles klar. Gut. Dachte ich mir schon. Das kann ja nicht funktionieren. Was man hier an Sprit verbraucht, wenn man so rumfliegt. Hm? Naja, das Band ist nur zur Hälfte voll. So sieht sie mich aus. So, und... Du bist ein Mk4er-Lift. Ja. Okay. So, das war... Hier kommen wir raus. 240, ne? Ja. Genau. Da soll noch mal 480 rauskommen, wenn's geht. So. Das gleiche ist nämlich bei dem hier. 240. Ich wusste es. Ach man. 480. Jetzt sollte das funktionieren. Alter, Verwalter. So, ich fahr hier mal mit. Dann seh ich ja, wann die Kohle da unten ankommt. Okay. Ich kann ja trotzdem mal ein bisschen laufen. Bis die ersten Lücken kommen. Ah, der schiebt aber ganz schön. Ah, hier sind die ersten Lücken. Schiebt der das aufeinander? Wer nicht, ne? Ne. Okay, hoch, das. Das dauert noch. Das dauert. Gut. Ich fahr hier mal mit bis hinten hin. Und beobachte das. Heute bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Gehabt euch gut und tschüss. Tschüss. Tschüss.